servus leute und hallo wie geht's herzlich willkommen hier auf meinem youtube-kanal wir öffnen wieder packs und hinterher machen wir diesmal die 80er player picks also genau anders rum wie wir sonst eigentlich machen lasst uns anfangen ihr seht es schon im hintergrund wir starten gleich mit 85 x 3 let's go wenn ihr neu auf dem kanal seid gerne gleich abonnieren vielen vielen dank dafür im voraus lasst doch gleich ein like dafür da macht die glocke an wir fangen mit dem belie und im double walkout kommen wer kommt noch reiten nehmen wir ja mit hatten auf jeden fall erstmal gut rein und normal kiebel es ist ja nicht mehr wert ist ja nicht mehr wert aber darum geht es ja nicht darum geht er ja nicht wir haben mal wieder ein cola zu gezogen den wir auch noch nicht haben ja so muss man das ja auch sehen dann müssen wir nach einer spc und gucken was war da überhaupt noch so machen können an leute bin gespannt was dann auch so übrig ist habe gerade ja kein plan ruben nebes ich habe gerade überlegt nach ist kanter und hier ist ein ganz anderes team gewesen ruben nebel ist okay im 80er pack ist doch okay 84 83 auch okay ich weiß ja nicht was jetzt hier noch so an text kommt wollen wir mal kurz gucken 80 81 81 81 81 84 wir öffnen einfach wir öffnen einfach erstmal ganz hinten wie gesagt die 84 x 7 jetzt sogar sogar in den spcs sind anstatt den 83 x 10 ich möchte meine da sind da liegen noch vier oder fünf achtet reicher an ich habe die jetzt so oft gemacht und ich habe eigentlich neuer kinder von aufgemacht da müssen mehr wie von mir sein zehn vielleicht schon oder so ich wisse die auch nicht 81 x 2 naja wenn ich da immer ein 83 oder 84 da drin habe dann passen wir bist du ja in 82 oder so habe ich sogar so ja nicht mehr im verein und wie kann man wieder schönen team auch so wieg machen können wir eigentlich auch fertig machen aber immer so wieg ja genau naja 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 bei wenigstens keine 81 hier ziemlich anstellen alles hintereinander weg hier und nun ziehen wir auf hier nach sich bono war glaube ich 84 85 sogar wie weit ziehen wir jetzt runter weiß ich ja auch nicht wie weit wollen wir denn runterziehen das tut sich oder noch ein bisschen weiter das ist eine gute frage bin du bist jetzt auch ganz schön viele 85 und 86 im verein haben jetzt noch mal jetzt können wir auch mal gleich mal gucken spc was wir jetzt mal schnell irgendwie anfangen können ja lehrwesen wollte gerne machen wie lange ist die noch audiers noch jeden tag dann können wir die auch gleich machen enden wir es mal zu lassen so schnell schließt man die challenge ab hier jawohl fandet eigentlich eine ziemlich interessante karte obwohl ich eigentlich nicht so mit die frauen spiele aber wie gesagt mit 91 def werten war schon eine interessante karte für mich und man muss ja auch bloß eben machen das ist ja nicht so dass er da drei oder vier spcs für abschließen muss sondern wirklich bloß die ehne sonst würde mich keiner interessieren genola würde ich auch nicht nehmen muss ich euch ehrlich sagen ich weiß nicht warum genau bin ich bin ich so für die nun oder sie gehen jetzt unbedingt haben muss ich muss okay ein map aber ich muss okay neue sieben haben oder so weg weg und gilles ging erst mal runter bis zu 40 und er würde sagen machen wir mal ein paar 18 piks machen wir den leute und danach können wir immer noch ein paar piks sehen gute jeko aber so ein schöner kracher fehlt doch jetzt eigentlich noch wie man 83 erwartet nicht gerade ein 83 pack 83 mal 2 wieder harder drücken wir gleich weg letzte 83 bevor wir zu den 80 plus piks kommen na siehst du hat sich doch noch mal gelohnt jetzt finde ich könnte jetzt die leute bitte wieder in 93 83 83 mal 2 und wir ziehen videos alter ok nicht schlecht nicht schlecht ja endlich mal wieder da ist der youtube an der wert 80 80 74 ja trotzdem egal habe ich nicht gestern erst gestern reikt noch wirklich erst charlie alonso fertig gemacht weil gesagt habe ich habe schon ewig kinder icon gezogen wir haben zehn stück von den 80 plus wir haben einmal 83 plus und wir haben einmal team auf der week aber was soll denn jetzt noch passieren wir haben eine eigene zogen was soll jetzt noch kommen was soll passieren wahrscheinlich passiert jetzt nischt mehr wo kommt wer an zu gewesen ja wo kommt wäre jetzt so richtig super gewesen wenn wir den so hin jetzt ziehen würden oder zwei oder drei oh ja miet ok da war schon den ersten wort da war schon den ersten wort leute immer schon pause machen zwischendurch hier wir gehen zurück irgendwie sind die 18 doch ganz gut ja also jetzt erstmal nicht verkehrt die ganzen zwei nach der drei nach der die bräuchte alle jetzt vorletzer ja gut aus 10 a in walkout ist okay aber einer fehlt mir eigentlich noch 84 ok haben wir zwei mal 84 die band jokes 80 und ja ok 1 von 4 3 produzieren 2 nicht ..... das kann doch ja nicht wahr sein wir sehen die nächste icon was ist denn heute los alter und wir wollen noch ein paar packs ziehen leute wir wollen noch ein paar packs ziehen das kann ja nicht wahr sein lempert lempert ist ja nice 4 4 hoch klar ist los drei positionen wo sie unbedingt testen den muss ich unbedingt testen preismäßig 100 sie 100 180 89 also 90 ist schon ein bisschen was anderes 1 von 3 83 team of the week und noch mal sommer ist okay also was also heute weil das hat heute für ein tag alter jetzt hier noch ein paar packs leute so gemischte profi pack und ja das ist ja aus dem team muss mit glücker er kommt die können wir ja weg drücken hier also da brauchen wir jetzt nicht großartig warten aber in den verein und dann ist gut haben es besser als brauchen macht man immer 83 x 2 jetzt sind wir doch so weit und heu berg ok was machen wir jetzt mit heu berg ist weg so oder das show auch 81 jahre auch wenn ich noch blau wird schon schon ok kommen dann jetzt hier die kommen wir nicht noch wollte doch sagen jetzt muss irgendwann mal 84 kommen hier ja in 84 ja ja jude brand natürlich war duplikat salosh 84 x 2 jetzt mal ein bisschen was höhere bitte als brand jetzt hier wieder bonou waren den highter von abgeben ey ich jetzt 85 ist er oder hat er noch mal gezogen irgendwann ne bonou und süle ach die 83 ja wir machen die bene darauf und dann 81 x 11 hinter jetzt kriegen wir bestimmt auch wieder ein paar duplikate hier tatsache nicht tatsache nicht letzte pack 80 x 10 wir wollen ja unser glück nicht herausfordern hier oder doch quatsch nein hör auf wir ziehen dropper wir ziehen dropper alter ist die ich kann das ja nicht loben ich habe noch nie so und zum schluss natürlich der beste dropper ich werde verrückt leck mich doch am arsch da kann er wohl ja nicht wahr sein alter kann das ja nicht loben normalerweise müsste ich alle packs weg ziehen jetzt im 80 x 11 gehen wir dropper leute weiß die wand an 400.000 aber neun stürmer würde ich habe neun stürmer ich habe neun stürmer und in diesem sinne würde ich sagen machte die die wandelung Vielen Dank.